Ein geheimnis Labor irgendwo in Bologna, Italien. Wissenschaftler der Universität präsentieren eine Sensation, einen serienreifen Energiekatalysator, der nach Angaben der Forscher unbegrenzt sauberen und sicheren Strom liefern soll. Auch hier wird Kernenergie nutzbar gemacht, allerdings nicht durch Kernspaltung, sondern durch Kernfusion. Für den Strahlenschutz ist heute Dr. Bianchini verantwortlich. Er hat hier einen Neutronendetektor neben mir aufgestellt, der hoffentlich nicht ausschlägt. Wir haben uns schon gesagt, wenn wir sehen, dass der Strahlenschutzexperte wegläuft, dann sollten wir uns vielleicht auch besser davon machen. Doch die Messgeräte bleiben ruhig. Bei der kalten Fusion wird keinerlei radioaktives Material verwendet und auch kein strahlender Restmüll produziert. Für den Prozess genügen Wasserstoff und Nickelpulver. Der Reaktor erhitzt in einer Minute knapp 300 Gramm Wasser von 20 auf 101 Grad Celsius. Wärmeenergie, die anschließend in Elektrizität umgewandelt werden kann. Die Energiemenge, die am Ende abgegeben wird, beträgt so um die 12 bis 13 Kilowatt pro Stunde. Und die Energiemenge, die wir verbraucht haben, um diese 12.000 Watt zu erzeugen, beträgt im Durchschnitt 600 bis 700 Watt. Die Kosten der kalten Fusion schätzen die Forscher auf einen Cent pro produzierter Kilowattstunde, also wesentlich geringer als bei Kohle- oder Erdgaskraftwerken. Eine revolutionäre Energietechnologie ohne strahlenden Atommüll. Doch wie genau der Fusionsprozess abläuft, ist selbst dem Erfinder ein Rätsel. Das italienische Patentamt hat das Verfahren bereits technisch untersucht und am 6. April 2011 das Patent erteilt. Der Reaktor ist serienreif. Bereits Ende des Jahres soll er auf den Markt kommen. Doch die internationale Wissenschaftlergemeinde erfährt leider wenig vom Durchbruch in Bologna. Denn wissenschaftliche Fachjournale weigern sich bislang, Rossis Forschungen zu veröffentlichen. Ha, 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 werden jetzt einige denken, ja, ist klar, ne? Kalte Fusion, ja, die wollen wir schon seit 1940, da wurde sie zum ersten Mal theoretisch bewiesen. Aber bislang hat sie noch nie jemand auf die Reihe gekriegt. Das muss aber nicht bedeuten, dass es nicht geklappt hat, oder? In ein paar Sätzen kurz zusammengefasst, was die kalte Fusion ist. Die kalte Fusion ist im Grunde genommen das Gegenteil von unserer Atomkraft, wie wir sie bislang kennen. Bei der Atomkraft muss eine Temperatur von ca. 17 Millionen Grad herrschen. Bei der kalten Fusion im Gegensatz, da ist es ganz anders, denn die findet bei Zimmertemperatur statt. Es werden keine radioaktiven Abfälle produziert. Es gibt keinerlei Strahlung, keinerlei Emissionen oder sonst irgendetwas. Das ist also im Grunde genommen der Wunschtraum der Weltbevölkerung, um endlich an freie Energie zu gelangen. Ja, Freunde der Wahrheit, dann fassen wir jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was Andrea Rossi nun wirklich erfunden hat. Er hat einen Katalysator erfunden, also einen Energy Catalyzer, den er E-Cat nennt. Irgendwie ein cooler Name, alles gut. Was kann dieses Gerät? Dieses Gerät ist nicht größer als eine Bierkiste. Das kann sich jeder in den Keller stellen. In dieses Gerät kommt im Grunde genommen nur folgendes rein. Nickel und Wasserstoff. Also beides Elemente bzw. Rohstoffe, die wir frei zur Verfügung haben. Und die bei dem Prozess der kalten Fusion dann als Endprodukt Kupfer entstehen lassen. Das Gerät produziert 10 Kilowatt Wärme und 100 von diesen Geräten in Reihe geschaltet ergeben dann 1 Megawatt, welches zum Beispiel optimal ist, um große Industriekomplexe oder große Gebäude, Hotels oder sonst irgendwas mit Wärme zu versorgen. Die haben festgestellt, egal wie konservativ man rechnen würde, Es kommt auf jeden Fall hinten ein Vielfaches der Energie raus, welche man gebraucht hat, um den Prozess zu starten. Sie sagen weiterhin, selbst wenn man so konservativ wie möglich die ganze Geschichte rechnet, dann sprechen wir hier immer noch von dem 7 bis 30-fachen der Energie, die wir gebraucht haben, um den Prozess zu starten. Nun gut, liebe Freunde der Wahrheit, ich sag euch aber auch ganz ehrlich eines. Es würde mich nicht wundern, wenn dem Herrn Rossi die nächsten Monate irgendetwas Dummes passieren würde. Beim Bergsteigen abgestürzt, ein kleiner Autounfall oder ein Raubüberfall, bei dem er aus Versehen getötet wird, die Lagerhalle brennt ab. Wir kennen das alles aus der Vergangenheit. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorie oder sonstigen Quatsch zu tun. Wer sich ein kleines bisschen auskennt, der weiß ganz genau, Es gab in der Vergangenheit schon einige Male Forscher, die auf dem freien Energienbereich einiges bewegen wollten und auch hatten. Man weiß auch ganz genau, dass etliche Patente einfach aufgekauft worden sind und sind in Schubladen verschwunden. Und warum? Ist doch klar. Weil ganz extreme Interessenkonflikte auftraten zu den anderen Branchen, die uns jeden Tag von Neuem verarschen und in ihrer Gewalt haben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.